Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Aleise für nun Dienstag, den 29. Oktober 2024. Ich mache das Ganze heute schon mal eine Stunde eher. Wir haben ja in den USA noch die Sommerzeit, bei uns in Europa jetzt schon die Winterzeit. Das hat zur Konsequenz, dass die Amerikaner jetzt eine Woche versetzt zu uns handeln, um eine Stunde. Das heißt, die haben jetzt schon Schluss. Normalerweise ist es mir sehr wichtig, zu wissen, wo der Tagesschluss ist. Aus der Erfahrung der letzten Jahre zeigt sich aber, dass da wirklich gar nichts mehr passiert in der letzten Stunde, wenn die Amerikaner dann raus sind und unser DAX einfach wirklich stehen bleibt. Also da hat man in seltensten Fällen noch mal mehr wie 10 Punkte Abweichung und 10 Punkte nach unten. Und oben kann ich hier tatsächlich jetzt verkraften. Die Analyse hätte sich jetzt nur geändert, wenn wir noch ein neues Tageshoch zum Schluss gekriegt haben. Das ist jetzt 60 Punkte weg. Das wird er wohl so nicht mehr schaffen. Daher können wir eigentlich hier die Analyse jetzt schon machen. Dadurch habt ihr sie mal ein bisschen früher. Ich kann eine Stunde eher ins Bett. Kommt mir auch zugute, denn ich habe ja ein kleines Kind hier, das von der Zeitumstellung auch noch nicht so richtig weiß und einfach so aufsteht, wie es das für richtig ist. Und von daher passt das hier eigentlich ganz gut. Deswegen machen wir es hier einfach ein bisschen eher. Win-Win-Situation letztendlich für alle, ohne dass wir jetzt hier einen Nachteil haben, weil uns irgendwo was fehlt. Wir haben im DAX gestern besprochen und uns gefreut, wenn die 400 denn jetzt nach unten riecht. Und der Sackratte hat einfach das Aufwärtsgap gestellt und damit eigentlich schon das rausgenommen. Ich habe schon früh im ersten Update dann geschrieben, also ich glaube ja eigentlich nicht, dass da jetzt noch gravierend viel passiert. Der wird wahrscheinlich jetzt einfach zwischen hier und 400 oder 480 hier zur Seite taumeln. Wenn 480 dann noch nach unten fallen gelassen wird, dann mal kurz unter die 400 stechen und wieder hoch. Und genau das hat er dann gemacht. In der Analyse war man da noch ein bisschen anderer Auffassung. Da haben wir so sinngemäß gesagt, wenn er über die 500 geht, dann hat er durchaus das Zeug Richtung 600. Aber das war einfach zu viel vom Gap halt. Also ich kann ja nicht wirklich jedes Sinn, also das wäre für mich gar kein denkbares Szenario gewesen, dass wir mit so einem großen Aufwärtsgap reinkommen. Deswegen haben wir es auch nicht besprochen. Er ist ja wirklich über der 500 reingegript und das war einfach zu viel. Wäre der Montag einfach von hier unten kommend über eine 450 drüber, zack, zack, zack. Ich glaube, dann hätte er das auch gestanden gekriegt. Dann wäre er durch eine 600 durch, dann wäre das 137. Aber so wie der da reingeplaut kam, war es einfach zu viel wieder. Was haben sie gemacht? Haben einen Abverkauf, weil sie die Chance gesehen haben und unten die Angriffsfläche einfach da war, auch durch das Gap und so weiter. Das hat so nicht geklappt. Heißt aber im Umkehrschluss nun auch, jetzt stehen wir hier ein bisschen höher, haben das Gap zu und könnten eigentlich jetzt zum Dienstag oben raus durchaus nochmal probieren, das Ganze anzugehen. Und dafür muss er nur über die 5,60. Die 5,60 kann man jetzt hier oben so ein bisschen als Signalkante nehmen. Und sagen, alles was über 6,50 geht, oder halt, jetzt habe ich mich versprochen, über 5,60 geht, hätte dann eine Chance in, hier oben, das ist kein Gap mehr. Ich gucke gerade, das ist kein Gap mehr. Also hätte trotzdem die Chance, dann oben das Hoch anzugreifen. Und das Hoch liegt im Bereich schon 19,670. Dann ist die 19,37 dran. Und sogar bis zur 19,800 hoch, wenn unser DAX über 15,60 rausläuft. Im Grunde genommen wäre es mir lieber, nach unten rauszulaufen. Ja, das kennt ihr, wisst ihr, habt ihr auch mitbekommen die letzten Tage. Aber ich vertrete da knallhart die Meinung auch, wenn unser DAX das eben nicht bedient unten raus. Und unten raus bedient, heißt es unter 400 fallen. Ja, so schwer ist das nicht. Und er hat das nicht gemacht. Und er hat selbst, trotz dieses starken Abverkaufs, dieses Aufwärtsgepsis, dennoch wieder bis da hochgefummelt. Der hätte auch einen Tagesschuss hier unten hinstellen können, hat das aber nicht gemacht. Hat sich wirklich wieder hochgezogen. Nasdaq und Kuli waren auch ein bisschen schwächer gewesen. Also, der hätte das nicht machen müssen. Und das zeigt irgendwo, dass hier Leute den eben nach oben halten wollen, weil sie vielleicht zum Beispiel noch ein neues Hoch auch gegebenenfalls stellen wollen. Und solange die 400 dann nicht nach unten klappt, bin ich da angehend hier wirklich ein bisschen vorsichtig. Ich meine, so wie der jetzt hier hochgekommen ist und wieder eintritt, sieht das schon aus. Wie als drückt es den uns am Dienstag jetzt nochmal nach unten. Ich halte das schon für möglich. Aber wenn der über die 65 geht, das ist für mich so die Kante dann, gebe ich dem nach oben raus den Raum. Ja, und dieses Mal wäre es tatsächlich sogar, wenn er einen aufwärtsgebringt und drüber steht, eher sogar auch förderlich. Das würde dann wahrscheinlich offen bleiben, weil Dienstag ist. Dann schreit mir im Schild jeder wieder die ganze Zeit, Turnover und Tuesday, Turnover und Tuesday. Und der rennt einfach nach oben durch dann. Ja, das würde hier tatsächlich an der Stelle dann reinpassen. Ja, und deswegen würde ich hier sagen, über 65 ohne Wenn und Aber, dann aber auch oben raus die Chance einfach da weiterzumachen. Ja, grundsätzlich drehen wir uns ein, klackern wir runter. Ich würde auch nicht lang gehen. Ja, also ich würde mir das erstmal angucken, wie weit er kommt, weil ich glaube schon, wenn der sich jetzt hier, wenn das wirklich ein Eindrehen ist, ne, der hat jetzt hier abverkauft, ist jetzt hochgekommen und dreht hier ein, dann streckt er uns die nächste Bewegungswelle unter die 400 runter und geht schon mal bestimmt in die 340 ein. Ja, dann würde er von den 340 wahrscheinlich auch erstmal wieder nach oben reagieren, aber dann ein tieferes Hoch ausbilden und von dort wieder weiter krabbeln. Ja, und somit würde ich für die Analyse zum Dienstag einfach festhalten, über 65, das ist die Signalkante drüber, orientiere ich mich vielleicht sogar lang. Ja, probiere in die 600, in die 670 rein, das ist das Allzeithoch, das ist greifnah, das ist nicht weit, ja, 670, zack, neues Allzeithochgesetz. Das ist, das ist, das ist easy Sport von 65 ausgehen, ja. Ähm, das hätte er zum Montag halt nicht geschätzt, weil es aufwärts gehabt zu groß war, aber kann er zum Dienstag, könnte er das jetzt besser machen. Also geht er über die 65 drüber, die Chance nach oben und ansonsten würde ich mir jetzt erstmal angucken, wie weit dreht er zurück. Dreht er nämlich komplett zurück und geht unter die 400, dann dreht das schon ein bisschen die Situation, und bringt das unten raus wieder, macht das das Fenster auf, weil die 400 muss brechern, die muss, die muss einfach nach unten aufgemacht werden. Und die würde er jetzt kaputt machen, wenn er da komplett unten durchläuft. Sollte der aber beim Runterlaufen jetzt auf einer 480, ich sag mal 450, wieder aufdrehen und danach über diese 560 gehen, wäre das auch bullig zu werden. Wäre das auch positiv. Damit könnte man fast eigentlich sogar sagen, zu 2 zu 1 wäre das eher bullig, aber ich will wirklich von ihm auch den Beweis dafür sehen. Gestern haben wir gesagt, über die 500, die kamen, auch wenn das im Ergebnis bestimmt den einen oder anderen ein bisschen angepisst hat, dass er dann doch so weit zurückgestanden hat. Aber dieses über die 500 drüber, im Sinne einer bullischen Note, um eine bullische Note zu setzen, hat er ja trotzdem getan. Mann, denn es hat sich jetzt hier ins politische gedreht. Es hätte ganz anders ausgesehen, die Analyse auch heute, wenn wir unter die 400 gegangen wären am Montag. Sind wir jetzt nicht. Er hat jetzt das Positiv ein bisschen angestochen und jetzt wird es ganz, ganz spannend, ob er das dann auch fortgesetzt kriegt. Aber dafür muss er für mich über die 560 drüber, um sich da eben oben raus nochmal einen Versuch zu erkaufen, auf ein neues Allzeithoch hochzugehen. Ja, sehen wir das nicht. Rechne ich damit, dass wir auf jeden Fall erstmal eine 480, 450 anlaufen und das wird ein Knackpunktbereich. Weil wird der nach unten verlassen, geht er auch unter die 400. Der dreht sich nicht nochmal auf der 400 hoch. Geht er bestimmt Richtung 360 oder bestimmt auch vielleicht auf das Gap hier bei 340. Das würde gut passen. Okay? Ja, und damit können wir den Dienstag zumindest schon mal zumachen. Das ist noch ungewöhnlich ruhig. Ja, wir haben noch 5 Handelstage bis zur US-Wahl. Das ist ultra verdächtig, wie ruhig das ist. Also, eigentlich müsste viel mehr Volatilität noch reinkommen. Ja, das ist schon ein bisschen... Es ist ein bisschen die Ruhe vom Sturm, wie es wirkt. Ja, bin ich mal gespannt. Wenn es jetzt vor der US-Wahl so ruhig ist, dann wird es bestimmt nach der US-Wahl richtig, richtig knusprig werden. Ja, also, es ist auffällig. Es ist auffällig, verdächtig, ruhig 5 Tage vor dem eigentlich Groß-Event des Jahres. Das ist es. Ja, das ist aus Trading-Sicht das Groß-Event des Jahres, was in 5 Tagen vor uns steht. Ja, gut, Freunde. Ich mache hier zu. Wünsche euch, ja, noch einen schönen Montag. Jetzt haben wir ja noch mal ein paar Minuten davon. Analyse mal wirklich zeitig. Und, ja, bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.